Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles 3 befinden uns im End-Dungeon im Inneren des Ursprungs und wir haben den letzten Part X und Y besiegt. Ja, nun kümmern wir uns um Pokémon Z. Hoffentlich heute in diesem Part. Es geht abwärts. Was sind das für Cubes, Alter? Das sieht so mega cool aus. Wow. Sind wir im Kern angekommen? Wow, hier sieht es ein bisschen heruntergekommen aus. Das ist eine Stadt. Das ist so ein viktorianisches Gebäude. Na, nicht ganz viktorianisches, so englisches Gebäude eher. Altstadt. Nun, wir werden wahrscheinlich jetzt kein Lager mehr bekommen. Und ich weiß nicht, ob wir hier hinterher das Finale ist. Wir werden sehen. Wir sind im Amphitheater drin. Okay, da wo er uns im Brot ist. Jetzt wird es Zeit, die Welt zu verändern. Auf geht's, Leute. Z erwartet uns. Ich hoffe, er erwartet auch Nildracht Prübel, sonst wird das ziemlich überrascht sein. Äh, wird er ziemlich überrascht sein, ja. Wenn wir weitergehen, gibt es kein Zurück mehr. Seid ihr alle bereit? Ja. Gehen wir. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin jetzt mal, die Leute! Es ist Zeit für den Kulti-Fort zu schaufen, die Fahrzeuge! Also, was sind Sie losz? Geh ihr Ars in gear! Sorry, Boss, es ist nur, die Fahrzeuge sind und nicht starten. Oh, dann kick the mudder till it does. You gotta be firm. Really give it some elbow grease here. Sir, that's insane. This is a delicate instrument. Delicate? My arse! Whack it! Smack it! Show me who's fucking boss! I'm telling you, you can't just kick it and... Well, looky here, guess I'm the boss. Is this a joke? All right! Now we can come out swinging. Who's with me? Yeah! We owe our lives to them. Now's the time to show them how we shine. Come on, full throttle! Can't let the other colonies steal our thunder now! Where... are we? We found him. At last. How many times is it now that I and you have confronted each other here like this? Yes. You're welcome to come on up. How many incarnations? How many ascents into the spotlight? And once again, I shall endeavour to ask this of you. Tell me, why not resign yourself to the flow? It's unfortunate. Sounds like my memory isn't all that. You have come to stop the flow, have you not? This march of time stills for eternity. You intend to stop it by removing you. So is it flowing or is it stopped? You're not making any sense, mate. Basically, if we can take you down, the world kicks up again. At least, that's what I'm picking up from all that. Human desires can be much likened to a river flowing. All humanity yearns for it. The endless now. That is why I'm here, you'll find. My existence alone, it is proof and evidence. Cut the crap. Who in the world would possibly wish for this? I refuse to be controlled by you. Although, thanks to the stunts you pulled, we managed to twig onto a whole lot of stuff. We learned how best to use the time we have. And for that, you get a real good thanking. You said it. A ten years is a mere glimpse. We now know the importance of true choice. We'll build it for ourselves. A world with a freedom to choose. Not a hollow world of fiction like this one. Everyone wants a reality that they can believe in. Freedom is nothing more than fiction. A deception. Those with power, those who can choose, think nothing of it. What then, of those who cannot choose? What about the meek and free? Not everyone is granted as many options as you all have. Will you share? Give them some of yours? Will you call that charity? Or compassion? Will you show it? Imagining them who are granted it to be thus satisfied? Imagining not a piece of wretchedness to remain? Making the best possible choices under duress. Living the best life. There are no losers in the world I offer. With a turn of the clock, anyone can be a winner, given the time. The only thing we ever do is take lives. There is no winning. You can't just invent some rule. Why do you recoil from taking lives? The world itself has set this rule. Why resist? It is through consumption of life that this world persists. Denying it is self-delusion. The only outcome, self-destruction. It is unequivocal fact. The imperative that is intrinsic to all living things. The source of our power, and of all living things, lies therein. Young, spirited people, trading lives, aiming for new, ever loftier heights with each new day. That explosive motive power is something we lack. The essence of life. And we are here to express ourselves as an embodiment of life. So that's it. That's what you're getting at. But just for that, you gave those two an impossible choice. Is that why you make Dioran and Chris into Mobius? Of course. As for the why. It's because it amuses me. The action-packed drama of your lives. We are its foremost audience. Now then, play it out for me. What will the next act entail? Bereavement? Or revenge? A revolution for chance. This world has never been born. Not while you're alive. Continue to make it so effervescent. What is so crazy, man? I just got it. Huh? Fighting in order to live. The words, meabi left me with. Now. This is exactly when they were four. Yeah. Mio's got it right. At first, it was all fun and games. When we got Ouroboros' powers, we were just, like, happy to get to live a little longer. That was it. But now, things are different. We learned that for many, there aren't any choices on the table at all. Because they were taken from them. By a bunch of crusty old mutters. The strength you talk about is all just smoke and mirrors. Real strength is different. That's right. Knowing when to be close and when to let go. Walking together. Eventually choosing who you really are. That is strength. And that's the real battle here. To find that answer. The will to choose our actions, moment to moment. And if you dare denounce that common right, we will defy you. To live in a future over which you lay no claim. See you away your powers is trivial to me. Now then, the curtain rises. Yeah, man can directly fight. I can't do it. 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 We can do it. I can't do it. You won't get away. I hope it will do it. Irgendwann. You define me. Where did that take from? We make very little damage. Get up! No escape! Just one! Ich will kein Despair, ich kann das Verzeiflung tasten. Geht das dann bitte irgendwann wieder weg? Ja, jetzt wurden wir noch verlangsamt. Oh, ich kann mir Fusur-Danker einsetzen. Ja, ja, ja. Ich muss hier, ich bin hier hin. Voll übertrieben, Alter. Wie der auch labert die ganze Zeit, Alter. Alter, wir machen dir kaum Schaden, Alter. Oh, jetzt werden wir schneller, okay, sehr gut. Das fehlt nur dieses Siegel, dass da Siegel weggeht. Ich glaube, es hackt, Alter, bei dem. Hier kann ich gleich Lucky Seven ziehen. Das ist meine einzige Chance, Alter. Ich wollte sagen, macht mir gleich irgendjemand Heilung, Alter. Ich schwöre, Alter. Ich schwöre, Alter. Gleich. Ich glaube, ich komme noch dazu. Hier bin ich. Der hat mich. Ich sage dir, wo ich das von kam? Jetzt zieht doch mal Lucky Seven, das geht nicht, ne? Ah, der Kampf wird ja ewig. Jetzt aber. Das ist ein Fehler, das. Das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, das macht Klaue gar nichts, ne? So ein Schaden soll ich ihn machen? Weil, das besiegen wir ja nicht. Ich werde dich so viele Mal wie du möchtest. Die Verzüge ist alles, was du verletzt. Ich werde dich nicht mehr, Gloria. Ich werde dich nicht mehr! Ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Solange der Siegel da ist, da können wir halt nichts machen. Das ist das Leben. Ich habe mich selbst selbst zu verletzten. Ich habe nur... Ich wollte nicht glauben, dass wir das gleiche sind. Ich werde ihn leben. Für Joran leben. Leben und bleiben meine Freunde alive. Das, ich versuche! Ich werde nicht imitieren andere Art von Leben. ok mal tausend flächeneilung denke ich mal ja 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 sehr gefühlt auch nichts sehr gut der erste step in your so called revolution I shall observe carefully what you would term your strength I need you to live time you must leave for the colony I know what I have to do I work to better myself so I won't make the same mistakes we are more than capable this is the one you'll make it work you defy me here you go I see you would grow strong enough to withstand adversity ich hab's kapiert fleeting beings what will you show me next come now entertain me it's been fun Noah Mia thank you Mia we've come this far harboring everyone's hopes and dreams so we would never stop now not when we've come so far we won't lose to you we'll fight for all the people alive their desires must build the bridge to the future we'll finish it here we'll fight for all the people alive I'll leave I think it's irrelevant for what we're attacking we're going to fight for all the people alive I can fight for all the people alive this isn't the end this isn't the end this is the gishaka I can hardly believe that your strength has grown so that's what we're going to do now we're going to fight for all the people alive grasp the future I cannot ascent the curtain close so that's what we're going to do now we're going to do now you and you keep the future of our strength you will get away yeah, finally come on, let's get your head i just want to hold your head let's go come on i'll show you i don't know that's a good sustenative come on, that's a reasonable but still there's a video here and now Ich warte, bis ich den Kursstufe 3 habe. Ich hoffe, ich sterbe vorher nicht wieder. Ich glaube nicht, dass er sein wird. Ja, ich weiß, ich kann die Angriffskarte starten, aber es geht ja eigentlich gut gerade. Und wenn man das macht, dieser Sound ist in der Hintergrund, ne? Ja, ich bin mit dir. Du hast mich gefeiert. Es ist Zeit für den Kursstufe. Und noch ein weiterer Glück. Oh, Juni ist K.O. Na, die Angriffskarte verlief echt nicht gut. Das ist nicht der Ende. Überhaupt nicht gut. Warum gerade er? Das war wirklich schlecht. Das war's gleich. Hoffentlich. Mio ist versiegelt oder so, ich kann mich nicht verwandeln. Was ist das? Das ist alles ein Scham! Gut, wrong geht uns mal. Das ist ein Scham! onen, Buch! Lass sich im Lress? Wie heißt sie mir das zuvor? Ich gehe an den Kursst you eine Unterrichtskarte. Du bist ein Scham! Der Fohr ist in dem shinee. Ist das Zett's true form, oder Origins? Why do this? If you restart Origin, time and perpetuity will flow once more. The opposing worlds will overlap. What lies beyond is oblivion. You ought to be aware of this. Yet even knowing it, you advance toward the future. Why? Why? Let me turn it around for you. How can you be so sure? There should be a future where it doesn't happen. No such thing exists. The present is all. The present is all we need. That is our unyielding wish. Let's do it. Let's go. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Entschuldigung, meine Loyal Subjekte. Wir beginnen im Ingenen, wir beginnen. Ein Voller Angriff auf Origen. Die Krieg ist nicht der Fabrikation. Es ist ein Kampf, um die Kontrolle von unseren Leben zu bekommen. Ich brauche dich jetzt. Entruste deine Leben zu deinem rightvollen König, Melia Antiqua. Ich brauche dich jetzt. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. For the future they dare to forge. Let us join the path that they showed us. Let us join the fight. 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 In the hope that the future will birth more such people. In the hope that the future will be the future of the future. In the hope that the future will be the future of the future. In the hope that the future will be the future of the future. In the hope that the future will be the future of the future. In the hope that the future will be the future of the future. In the hope that the future will be the future of the future. In the hope that the future will be the future of the future. In the hope that the future will be the future. In the hope that the future will be the future. In the hope that the future will be the future. In the hope that the future will be the future. Vielen Dank.